Punktrechnung vor Strichrechnung. Satz ist alles, liebe Leute. Ich möchte mal darauf eingehen, wie das funktioniert. Ich versuche mal hier einen Mittelpunkt zu kreieren und mache jetzt folgendes. Ich zeichne mal ein paar Linien ein. Und zwar, wenn ich von hier bis zum Mittelpunkt bis hierher gehe und jetzt mir irgendeinen Punkt suche, nehmen wir mal an diesen hier und gehe von hier und wieder rüber bis zur anderen Seite, da wo der Durchmesser ist. Dann habe ich hier oben ganz sicher einen rechten Winkel. Warum? Ich gebe mal einen Tipp. Und zwar machen wir das mal so. Ich zeichne mal zu diesem Eckpunkt hier oben eine Hilfslinie. Und ich gebe noch einen Tipp. Ich sage, hier ist ein Winkel und hier ist auch ein Winkel dadurch entstanden und hier ist einer und hier ist einer. Wir benennen die Winkel. Wir sagen mal hierzu wie immer Alpha, zu diesem Biest sagen wir Beta. Und weil das zwei aus einem Winkel sind, sage ich hier Gamma 1 und Gamma 2. So, jetzt überlegt mal, wie kam Onkel Thales darauf, zu sagen, hier oben muss auf jeden Fall ein rechter Winkel sein. Warum? So, wir sind jetzt gerade hier am Malen. Jeder malt dieses Dreieck ab und wir sind am Versuchen, das zu beweisen. Ich habe dieses Dreieck, was hier entstanden ist, das dunkelgrüne, habe ich mal mit ABC benannt. Also hier Punkt A, B, C und trotzdem bleibt der Mittelpunkt des Kreises M. Hier oben noch mal zum Lesen Gamma 1, Gamma 2, Beta, Alpha. So, und jetzt sind wir am überlegen, nachdem wir es gemalt haben, wie kann man es, diese Behauptung, dass Gamma 1 und Gamma 2, also in Punkt C, einen rechten Winkel zusammenbilden. Wie kann man es beweisen? Das ist unsere Überlegung. Jetzt malt mal und überlegt mal. Wunderbare Erkenntnisse. Ich schreibe mal was ran. Strecke A, M, C, M, B, M, sind alle gleich lang. Und diesen Tipp, den mache ich mal so. Jetzt überlegt mal weiter. So, jetzt haben wir folgendes herausgearbeitet, und zwar, die Winkel Alpha und Gamma 1 müssen gleich sein, weil sich dieses Dreieck, und zwar A, M, C oder A, C, M oder C, A, M, weil das ein gleichschenkliches Dreieck ist. Denn wir haben es jedes Mal mit Radien zu tun. Das wissen wir aus vergangener Zeit, dass bei gleichschenklichen Dreiecken die beiden Eckwinkel da gleich sein müssen. Das gleiche haben wir hier, dieses rechte Dreieck. Also, M, B, C muss auch gleichschenklich sein, hat beides Mal Winkel R. Und jetzt sieht man eindeutig, dass das nur gleichschenkliche und keine gleichseitigen Dreiecke sind. Demzufolge müssen deren Eckwinkel auf Gamma 2 und Beta auch zugleich sein. Und jetzt müssen wir überlegen, wie geht es weiter? Noch ein Hinweis, vielleicht kommen wir ja über die Innenwinkelsumme des Dreiecks klar. Und zwar des Großen hier. Von A, B, C. Innenwinkelsumme ist 180 Grad. Wenn einem das, wenn man sagt, naja, ich weiß nicht, ob das hilft, dann schreiben wir mal, hm, drittens, Dreieck ABC, A, B, C Pfeil Innenwinkel gleich 180 Grad. Alle zusammen, ne? Okay. Vielleicht hilft das ja. Jetzt mal den Tipp, jetzt machen wir mal die dritte Erkenntnis. Die schreiben wir uns mal als Formel hin. Das heißt also, 180 Grad, haben sie schon gemacht, die Lieben, ist Alpha plus Beta plus Gamma 1 plus Gamma 2. Und jetzt arbeitet mal ein, was wir vorhin hier bei 1. und 2. rausgehabt haben. Ich gebe den Tipp nochmal anders. Wir hatten doch zum Beispiel gesagt, das wäre eine, ach, das wäre eine Deckseite, das wäre eine Grundseite und wenn die beiden gleich sind, kann ich sagen, also wenn Grundseite gleich Deckseite ist, dann sage ich, okay, V ist gleich Grundseite mal Körperhöhe. Dann kann ich Grundseite und Deckseite als G bezeichnen. Könnt ihr euch erinnern? Okay. Jetzt haben wir viele gute Ideen, bloß leider wurde etwas verwechselt. Ich ordne mal um, ja. 180 Grad ist gleich. Und wir hatten gesagt, hier oben, Alpha ist Gamma 1. Ich schreibe die beiden mal hintereinander. Alpha plus Gamma 1 und demzufolge plus Beta plus Gamma 2. Nebenbei gesagt. die sind gleich, egal wie große insgesamt sind und die sind auch gleich. Wie kann man das noch besser hinschreiben? Genau so ist es frisch nach der Pause. Wir haben vorhin eine Erkenntnis gehabt, wenn Alpha und Gamma 1 gleich sind, dann kann ich auch sagen, zweimal Alpha. Also kann ich sagen, 180 Grad ist gleich zwei Alpha plus und hier kann ich auch sagen, plus zwei Beta. So, was wird das wohl ergeben, wenn ich jetzt, wollen wir ausklammern? Wie klammert man aus, die zwei? Wir haben ausgeklammert. 180 Grad ist zweimal Alpha plus Beta. Wie geht es jetzt weiter? Wir wollen ja letzten Endes ran, dass Gamma 1 und Gamma 2 zusammen 90 Grad ergeben. Achtung, wir machen mal was, was wir ganz normal können. Wir lassen mal Alpha und Beta alleine stehen. Wir teilen mal durch zwei. Dann haben wir hier auf der Seite 90 Grad ist gleich Alpha plus Beta. Blöderweise wollen wir aber Gamma 1 und Gamma 2 haben. Ganz genau. Und jetzt kann man, wir haben eben das Falsche praktisch ersetzt. Wir hätten nicht zwei Alpha und zwei Beta schreiben können, sondern zwei Gamma 1 und zwei Gamma 2. Wenn wir das jetzt wieder rücktauschen, also Alpha ist ja Gamma 1 und Beta ist von der Größe her Gamma 2, kann ich auch sagen, 90 Grad sind Gamma 1 plus Gamma 2. Sehr schön, liebe Leute. Das war wirklich, das war eine Leistung. Das habt ihr fein insgesamt kollektiv zusammengebastelt. Und das ist ja das, was wir letztens beweisen wollten. 90 Grad soll Gamma 1 plus Gamma 2 sein. Gucken wir mal. Gamma 2 und Gamma 1 zusammen sind 90 Grad. Das kennt ihr, ne? Q E D Quad Era Demonstrandum, was zu beweisen war. Man könnte auch, früher hat man geschrieben, W Z B W hat man dann als Mathematiker darunter geschrieben oder Q E D Quad Era Demonstrandum. So, kurze Pause. So, jetzt kam noch aus der Schülerschaft eine Idee. Und zwar, wenn ich folgendes mache, ich nehme das nochmal zurück, aber ihr ahnt schon, worauf es drauf ankommt. Wenn ich mich frage, ist dieser Winkel ein rechter? Ist das wirklich ein rechter Winkel? Dann kann ich folgendes machen, ich nehme einen Zirkel, steche hier ein, ermittle, steche hier ein, den Mittelpunkt, der wäre dann hier. und wenn ich jetzt hier das in die Zirkelspanne nehme, also von hier bis hier, äh, von Mittelpunkt bis an Punkt A zum Beispiel und einen Kreis drum mache und es liegt der Punkt C, oje, mein Kreis ist nicht schön, aber ihr ahnt, was ich, und es liegt der Punkt C genau auf dem Kreis, dann kann ich sagen, es ist ein rechtwinkliges Dreieck. Wunderbar. Schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Prima. Das ist eine Überprüfungsmöglichkeit. Prima. Dann machen wir doch mal eine Übung. Klar. Ihr nehmt ganz einfach einen Zirkel und macht einen Halbkreis. Gut. Och, naja gut, wir nehmen es mal als Halbkreis an. So, aber wirklich einen halben Kreis. Ihr könnt ruhig ein Stück drüber malen, das wäre nicht das Problem. Legt einen Mittelpunkt fest und dann schnappt ihr mal irgendeinen Punkt, ich mache hier so einen grünen Punkt und malt mal ein Dreieck ein. Jetzt machen wir es erst mal so rum. Dann messt ihr mal, ob das ein rechter Winkel ist. Also das erst mal messen. Und danach machen wir die Übung umgekehrt. Da malen wir zuerst ein Dreieck. Na, schwarz, so. Malen wir zuerst ein Dreieck und probieren das so rechtwinklig wie möglich zu machen. Also richtig schön mit dem Geodreieck den rechten Winkel festlegen. Dann konstruieren wir das so wie vorgeschlagen. Also Mittelpunkt suchen. Wenn ich den Mittelpunkt habe, Kreisbogen schlagen und wenn es funktioniert hat, dann haben wir wirklich einen rechten Winkel nachgestellt. Also Übung, zwei Varianten. Zuerst Kreis, Zuerst Kreis plus Punkt C. Dann nennen wir den C. Also ich mach mal hier C. Und dann zweite Übung. Zuerst Dreieck. Dann Kreis. Wir kommen dann noch zu speziellen Begriffen zu diesen Kreisen, wie die heißen. Also probiert es mal aus. So, jetzt in diesem Fall hier, also in diesem, hat das nicht geklappt. Aber wie kann man ein rechtwinkliges Dreieck malen? Wir sind jetzt in der siebten Klasse. Theoretisch durfte es ja noch gar nicht wissen. Naja. Da gibt es die sogenannte 3-4-5-Regel. Das heißt, ich sag einfach, ich bastel ein Dreieck mit den Seiten A zum Beispiel 3 cm, B 4 cm und C 5 cm. Das macht man mit einem Zirkel. Also, man nimmt in einem Zirkel zum Beispiel, wir fangen an, das wäre Seite, Seite, Seite. 5 cm und hat schon mal die Strecke C. Jetzt sticht man hier ein, nimmt in die Zirkelspanne, äh, in die Zirkel eine Spanne von 4 cm und macht einen Kreis. Dann nimmt man, also das wäre theoretisch hier, irgendwo ist Seite B. Irgendwo. Wissen wir noch nicht wo. Warum, ist klar, weil ich die Seite A noch nicht habe. Also hier irgendwo entsteht B. Hier ist Punkt A, hier ist Punkt B. Dann sticht man in Punkt B ein und nimmt jetzt 3 cm in die Zirkelspanne und schwupp, und da, wo die sich schneiden, da ist letzten Endes mein Punkt C und dann kann ich davon ausgehen, dass ich hier einen rechten Winkel habe. Und dann probiert das nochmal, Mitte suchen und außenrum den Thaleskreis, sagt man auch dazu. Den Thaleskreis malen, also hier von der Mitte, den Thaleskreis malen und wenn das geklappt hat, dann haben wir es wirklich erreicht. Probiert es mal aus. 3, 4, 5 Regel, sagt man dazu. Später werde ich dazu was sagen, das wird der Satz des Pythagoras, sagt man auch dazu. Aber nicht nur 3, 4, 5, da gibt es auch andere Kombinationen. Jetzt kam die Frage, ja klar, ich habe es schon geahnt, wieso klappt das? Hier diese 3, 4, 5 Regel. Das war auch ein Grieche und der hat herausgefunden, das ist Pythagoras hieß der und der hat gesagt, warte mal, wenn ich die Seiten, hier, wenn ich die Quadrate davon bilde, also, das heißt, hier 25 Quadratzentimeter, hier 16 Quadratzentimeter und hier 9 Quadratzentimeter und ich sage, 9 Quadratzentimeter plus 16 Quadratzentimeter da halte ich 25 Quadratzentimeter habe ich vergessen, genau. Wenn ich das also hinkriege hier, dann habe ich grundsätzlich ein rechtwinkliges Dreieck. Der hat also viele rechtwinkligere Dreiecke untersucht und hat diesen Zusammenhang herausgefunden. Der Satz des Pythagoras ist das. Also, das hier, der hat gesagt, die Seite C zum Quadrat ist gleich Seite A zum Quadrat plus Seite B zum Quadrat. Ich sage mal, mal kurz, kurz, Pythagoras, also Pythi, sage ich mal dazu. Pythagoras. Pythi geht schneller. Pythagoras hat das rausgefunden, diesen Satz. Und der ist eine ganz schlaue Geschichte. So kann man immer Dreiecke zeichnen, die einen rechten Winkel oben drin haben. Und jetzt musste das auch mit unserem Thaleskreis funktionieren. wunderbar. Aber da brauchte man solche komplizierten Zusammenhänge wie Pythagoras noch nicht. Sondern da mussten wir diesen komplizierten Zusammenhang zusammenbasteln. Also, ein bisschen umdenken, um die Ecke denken und einfach mal Winkel kombinieren. Und dann haben wir das rausgekriegt. Schön. Ich schließe das Video an der Stelle ab, damit es nicht zusammen... Gibt es noch Fragen klangend? Gut, jetzt haben wir also schon wieder ein bisschen zu viel gelernt. Aber es schadet nicht. Wie kann man ein rechtwinkliges Dreieck konstruieren? Entweder ich nehme einen Thaleskreis zur Hilfe, dann habe ich eins, da muss ich auf keine Berechnung eingehen. Oder, wenn mir das nicht gefällt mit dem Thaleskreis, dann nehme ich den Satz des Pythagoras. So, na denn, das war das Thema Satz des Thales für heute.